Und hiermit herzlich willkommen zurück bei... Ja, so 4... 2... So, ich würde sagen, wir gehen ein paar weiter. Schau mal, was uns die nette Stimme noch so zu sagen hat. Was geht? Okay, das macht sie uns nichts zu sagen. Gibt's hier irgendwas? Nichts. Nichts gibt's hier. Okay. Dann mal rauf die Luke. Boah, da war was. Ja, das hatten wir schon mal bei den Globus. Irgendeine düstere Gestalt. Vielleicht werden wir noch erfahren, wer es ist. Wahrscheinlich. Wahrscheinlich. Gibt's hier nichts? Ich muss noch mal schauen. Ich kann's mal hier irgendwas übersehen. Wäre echt ärgerlich. Aber... Sieht nicht so aus. Entschuldigung. Na gut, weiter. Wieder schwarz-weiß. Weiß auch nicht, was es bedeutet, wenn es schwarz-weiß wird. Okay, Sakasa. Hier ist eine Sakasa. Gibt's hier irgendwelche Infos? Nichts. Ah, jetzt ist hier auf. Oh, das Licht, ne? Darf ich. Absoluter Hochkennuss. Komm. Oh. Okay. Gänsehaut. Okay. Küppchen. Da geht's weiter. Kann ich dir helfen? Nope. Okay. Noch einer. Ja, machen wir den Ventilator an. Und Klappe unter Action. Ähm. Hello. Oh, no. Boah. Oh, no. Schon mal weh, dass ich Puppen hasse. Wie die Pest. Oh, ey. Er schießt. Oh. Ich komm zu dir. Oh, ja. Danke. Oh, nee. Puppen sind uncool. Tschüss. Tschüss. Muss ich anschauen. Da geht nichts auf. Oh, okay. Dachte, ich muss irgendwie abhauen oder so. Okay. Sonst gibt's hier nichts. Oh. Du Pisser, Alter. Oh. Voll erwischt, ne? Oh, Digga. Geh das zu. Hä? So ein Sack, ne? Oh, ehrlich. Ich bin wach. Schau, was ich gefunden habe, Herr Hardy. Diese Schrift wird uns weg von Peril und in ein selben Harbour. Sieht aus wie so ein Frachtschiff? Kann das sein? Okay. Da ist nicht sicher. Da ist sicher. Da ist nicht sicher. Was ist denn da? Enter here. Okay. Warum ist da nicht sicher? Kurios. Es braucht Courage, um zu jemandem stärker als du zu stehen. Ich konnte es nie tun. Ich war nicht so wachsichtig. Aber sie war. Okay. 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 Lick dir noch was. Sieht so ein bisschen aus wie der Slenderman, finde ich. Nur einer von uns weiß, was getan werden muss, nur einer weiß, was auf dem Spiel steht, der andere muss es nicht wissen, muss es nicht verstehen, nur zuhören und es vorspielen. Okay. Schrauber. Lilly, ich denke, da ist etwas in der Dunkel. Sssssh. Someone kommt. Hallo? Wer ist da? Bloody hell. Söder. Der Chef will es so schlecht, dass er es sich selbst nicht tun kann. Wo haben sie vielleicht doch entdeckt? Okay. Könnte noch sehr düster werden. Aber ich enthalte mich mal erstmal. Okay, da geht es wahrscheinlich weiter. Und hier ist eh nichts. Okay. 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 Okay, da ist ein Hebel, wir müssen trotzdem noch mal schauen. Oh, wir können auch noch ranzoomen. Okay, damit können wir das hier machen, vermute ich. Boah, also man, schwach finde ich die ein bisschen squishy, nein, geh runter. Ein ganz bezauberndes Violin-Spiel hier. Nein. Oh, muss ich rennen? Mach den Anschein. Geh auf. Ich hasse Verfolgung, ne? Ich hasse Verfolgung, ziemlich. Und ich vermute, es ist nicht so gut, wenn sie uns zurückschicken. Vermute ich. Komm mal rauf hin. Ich finde bei Verfolgung, da geht so viel verloren, ne? Ich würde mich ja lieber irgendwie umschauen wollen. Achso. Oh. Komm mal her. Diese Hand. Die Jagd. Okay. Okay, jetzt sind wir wieder woanders. Scheint erstmal vorbei zu sein. Okay, haben die sich hier eine kleine Hütte gebaut vielleicht? Finde ich ja ganz drollig. Verfolgung ist immer so... Uah. 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 Nicht so meins. Ich hoffe, es kommt nicht zu oft vor, ne? Wollte ich den nicht cool finden. Was denn? Nichts. Nichts. Okay, also sie haben also Angst davor, zurückgeschickt zu werden. Wo kommen sie her? Waren sie vielleicht in einem Kinderheim und wurden dort nicht so gut behandelt? Und wollten deswegen bliehen? Über ein Schiff? Vielleicht. Ja bitte? Was? Ich bin verwirrt. Dezent. Die Türen zu mir sind richtiger Schmutz, ne? Bin ich wieder zurück? In meiner wundervollen Kabine? Sieht so aus, ne? Sieht so aus. Tick-Tack. Ah. Ja. Wie ist es? Ja. Wie ist es? Die Verbrechung der Verbrechung, die so viele von den lokalen Familien verletzt wird. Aber was haben wir hier? Ein Junge, auf einem Parkbettchen, allein. Vielleicht wird er nicht mindre, wenn wir ein Gehirn ein bisschen öffnen können. Guten Morgen, junger Mann. Was ist dein Name? Guten Morgen, junger Mann. Was ist dein... Guten Morgen. Guten Mann. Deine Mann. Was ist dein Name? Hm. Nächste bitte. Achso, das war das... Okay. Okay, das war das, was wir schon hatten. Okay, hier sieht's ein bisschen schäbig aus. Setze die Maske auf. Kann er denn hier rauskommen? Ich weiß noch nicht. Dreh mal um hier. Hup, hup, hup. Was? Ri... Richard, zeige dein wahres Gesicht. Okay, warte mal. Wir haben hier einen gefunden. Was ist der? Okay, was zeigt denn das? Okay, das ist der Hafen. Da ist ein Kind. Okay. Also da, wie sie da so lang schleichen wahrscheinlich. Recording leuchtet jetzt, hm. So, von da haben wir gerade. Ja. Ähm. Hat sich unsere Galerie erweitert. Zeig mal her. Ja, siehste? Jetzt hängen die hier. Sehr schön. Okay, aber da haben wir noch ein paar. Ich glaube, es gibt fünf Akte hier. Wenn du bei jedem drei findest. Drei mal fünf, fünf, zehn. Drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, zehn, elf, zwölf, dreizehn, vierzehn. Und da hinten, fünfzehn. Okay. Also pro Akt können wir drei finden. Okay, wir können mal rausschauen. Scheiß Wetter. Es ist das Wetter hier. Was ist denn das da? Huch. Wurde ranzoomen. Uh. Fischer. Gab mir Schiefmund. Okay. Was war das? Ich hab keinen Schimmer. Ich hab keinen Schimmer. Das sind ja eigentlich Bücher. Kann man hier noch irgendwelche Trophäen sammeln? Sieht ja fast so aus hier, ne? Wie so eine Sockel. Kann man bestimmt noch irgendwelche Trophäen sammeln. Hier. Gut, ich glaube, mehr haben wir ja nicht zu sehen, ne? Habe ich ja noch gar nicht gesehen hier den neuen Fischkorb da oben. Delfinen, glaube ich, ne? Denkbar. Ungesehen. In jedem Schauspieler steckt die Rolle seines Lebens. Der eine Charakter, für den man bestimmt ist, sei der Bildhauer. Bei dem Gestaltlosen eine Gestalt, bis nichts weiter bleibt als die Wahrheit. Okay. Hat man, glaube ich, noch nicht gelesen. Äh, noch nicht gelesen. Ich weiß nicht, ob es vorher auch schon da war. Guck mal, hier ist der Piratenhut. Sonst haben wir hier nichts, ne? Tick, tack. Ist hier noch was? Nö. Nichts. Einfach nichts. Na gut, dann gehen wir vielleicht wieder in diesen Raum. Und schauen mal, was uns diesmal so erwartet. Mein Gott, ey. Sieht aber auch raus wie ein Schlachtfeld, ne? Lizenz. Okay. Nächster Film. Und Film ab. Ja. 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 Verfolgung, ne? Ja. Ja. Da schiebt Bock drauf, ne? Ich hoffe nicht. Ich hoffe nicht, dass der Name dort Programm ist im zweiten Akt. nicht. Das wäre echt all. Hallo. So. Ok, da geht was auf. Achso. Okay, Tür geht zu, hier geht's uns so lang, es wird was passieren. Du siehst nicht aus wie du, okay? Geh weg! Aha. Boah Kater, ey, du jagst mir einen Herzinfarkt ein, weißt du das? Schreit er mich auf einmal an, ne? Boah Kateros Klausus, Pirasu, du springst jetzt hier aber nicht rauf, oder? Kateros, verzieh dich. Mein Gott. Ja, Herzflatter. Sieht sehr einander aus. Eine dezente Blutspur. Ja, Mau. Flackert ganz unauffällig. Also, geh mal hier. Also, geh mal hier. Geh da. Achso. Ja, brr. Nein, du kommst jetzt nicht rauf, Digga. Das ist uncool. Da steht er doch wieder. Hallo. Muss ich wieder wegrennen? Die Tür gibt mir so ein dezentes Zeichen. Geh da rein. Und er steht. Steht. Okay. Wer stirbt, ist aller Schulden quitt. Okay. Okay, wo sind wir denn jetzt? Okay. Also, wir müssen geradeaus weiter rennen. Ich renne. Da war die Karton vorbei. Oh Mann, wie ich das hasse, ne? Geh auf hier. Äh. Äh. What? Ähm. Ah. Ah. Warum, Maja? Der Kater rastet aus am Kratzbaum. Nice. Ähm. Da ist ein Hebel. Stop. Stand by. Die. Was? That slow? Slow? Cool. Okay, da ist das Kreuz. Da muss man bestimmt hin. Aber ich schaue trotzdem erstmal. Okay, was ist das hier? Machst du? Ähm. Okay. Was ist das hier? Machst du? Ähm. Das klingt eigener Hand, finde ich. Bist du hier? So. Okay. Habe ich. Habe ich. Ein Hebel. Sonst noch was? Da ist noch was. Äh. 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 Stecker gezogen. Ende. Okay. Könnte ich ihn auch wieder reinstecken. Los mal. Okay. Äh. Äh. Diese Hebel manchmal? Okay. Das bleibt nicht. Ja. Steck mal rein, ja. So. Wo? Bin verwirrt. Was soll ich tun? Eck. Kann ich irgendwas? Ja. Was soll ich tun? Eck. Kann ich irgendwas... Er schnappt doch gleich wieder nach oben. Und was hat... Was bewirkt denn dieser Auto-Stecker hier? Da geht eine Lampe an. Äh. Stopp. Wir müssen hier stoppen. Was? Ich bin verwirrt. Maximal verwirrt. Was soll ich tun? Was ist denn wenn wir hier mal... Stand slow. Mal hier. Finish. With. Jeans. Stand by. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ich bin verwirrt. Ohne. Ohne Power. Mangebim. Äh. 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 Was soll ich machen? Fünfmal. Einfach nur verwirrt. Ich glaube das Spiel ist für mich vorbei. Ähm. Weiter komme ich nicht. Scheiße. Was soll ich denn tun? Stand by. Stand by. Die da passiert nichts. 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 Kann ich auch nichts drücken oder irgendwas? Was soll ich denn tun? So. Ein Glas hinter der Tür. Ist auch nichts. Was hatten wir denn noch nicht? Slow? Huch, nein. War Half? Hatten wir auch noch nicht. Wird nichts. Noch nichts. Hä? Ja, wir machen mal Slow. Steht denn da a Head? Was? Astan? Ich bin vorhin. Ist da gerade was passiert, da hat doch was geknackt oder? Ne. Was soll ich machen? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Da ist ja schon ein Kreuz bei Dead Slow. Da passiert ja auch nichts. Ne mehr Optionen habe ich da gar nicht. So, dann kann man hier nochmal Full machen. Einmal mit Stecker drin. Stecker raus. Einmal ohne Steckerchen. Geht nichts. Okay, was hatten wir? Das hatten wir. Das hatten wir. Das hatten wir. Dann machen wir mal auf die Seite. Das Slow. Einmal mit Stecker drin. Einmal Stecker ziehen. Einmal ohne Stecker drin. Stecker raus. Passiert nichts. Passiert nichts. Stecker wieder rein. Ich bin gerade genervt. Ich bin gerade genervt. Weil ich nicht weiß, was ich tun soll. Okay, dann machen wir hier mal auf. 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 So. Einmal mit Steckerchen. Steckerchen raus. Einmal ohne Steckerchen. Passiert nichts. Stecker wieder rein. Ich bin verwirrt. Hier müsste doch bestimmt irgendwas aufleuchten oder so. Da scheint es ja weiter zu gehen. Es passiert halt nichts, ne? So. Ne. Full hatten wir ja auch schon. Wir hatten jetzt schon alles. Finished. With. Ingenies. Ich weiß es nicht. Und da ist ja das Kreuz bei Dead Slow. Hier kann ich auch nichts weiter tun, ne? Das ist ja auch nichts. Ich bin verwirrt. Ich bin absolut verwirrt. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Das ist alles nur finster. Nichts passiert. Hilfe. Muss ich die Tür vielleicht zumachen? So. So vielleicht. Man weiß es nicht. Okay. Wir machen es mal raus. Passiert nichts. Und ich glaube, wir machen hier für heute erstmal Schluss. Äh. Ich weiß noch nicht, wie es hier weitergeht. ich danke dir trotzdem wenn du bis hierhin durchgehalten hast und hoffe dass du dann morgen auch wieder dabei wirst aber bis dahin haut rein